Äh, Sandy? Los, lass uns surfen! Nein, danke, keine Lust. Ach, es gibt doch nichts Schöneres als Quallen fischen! Guck mal, wir haben eine gefangen! Jetzt hör doch mal, ich habe gerade wirklich keine Lust auf Sandbogen, Karate oder gegrillte Quallen. Aber wir grillen sie doch gar nicht, wir lassen sie wieder frei.